Weiß gemacht auch also bei mir offen waren die Städte schon auf dem Block und rutsch da und schon wieder unter das kann nicht scheiße in Minecraft müsste es eh irgendeine andere Taste geben zum Sprinten ja das haben auch schon sehr viele kritisiert eine Shift-Taste oder so ja Perfekt äh ja Shift ist doch hier bei Dings ähm ne Quatsch Steuerung ist ähm Randzoom bei Optifine so so wo ist denn das Levelende? Ach da unten wo 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 ups 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 so nein jetzt hat der nicht gesprungen die scheiß Minecraft Puppe oh oh dumme Minecraft Puppe mhm oh Gott jetzt bin ich hier auch noch runter gefallen mhm ach so was ich noch sagen wollte ne Autobahn fahren heute war so geil hm hm das Auto überhaupt ist so geil ja ja ich bin ich bin ich bin Autobahn gefahren ne und dann war da so ein ganzes Stück wo du nur 80 fahren durftest auf der Autobahn? einfach bin ich 80 gefahren hab ein Tempomat reingehauen und hab sozusagen die Füße hochgelegt achso okay der hat der hat sicherheitsabstand automatisch eingehalten der hat Gas gegeben der ist halt immer 80 gefahren ne das ist ja luxuriös ja das Ding ist richtig geil da musst du auch den Schlüssel nicht ins Zündloch stecken da kannst du einfach auf den Schaltknüppel drücken dann geht er an aber ich meine ich hätte gesehen gehabt ähm als wir auf Klassenfahrt waren äh ach jetzt bin ich schon wieder nicht gesprungen hab ich meine ich auch gesehen dass unser Bus äh konstant immer auf der Autobahn 100 gefahren ist scheinbar hat der auch sowas drinnen gehabt ja das kann sein ist auch nützlich ja da fährt dann der Bus einfach 100 fährt dann nicht schneller immer schön 100 dann passt das ja aber Busse fahren ja meistens eh immer schneller auf Autobahn als 100 ach scheiße nein das ist natürlich nicht scheiße scheiße sagt man eigentlich nicht scheiße ist nur dass ja manchmal die Puppe meint nicht zu springen ja scheiße sagt man nicht an scheiße tut man ja äh was ist eigentlich wegen Montag machen wir da jetzt ein Frühstück in der Schule äh ne ne ich glaube nicht da machen wir nur diese äh Referatsteile glaube ich dürfen wir anfangen ey ich finde das so lächerlich ne dass die Schule jetzt alles was mit Minecraft zu tun hat die Seiten gesperrt hat ja aber Facebook nicht ja das ist schon eine Logik die man nicht verstehen muss das also ich denke mal Facebook ist schlimmerer äh schlimmerer schlimmer als Minecraft würde ich mal behaupten ja aber ich glaube Facebook können sie ja nicht verhindern weil es haben ja alle Smartphones was es haben ja alle Smartphones achso ja dann ist ja scheißegal dann gehen sie halt mit ihrem eigenen Handy an ja ach schon wieder dann nicht gesprungen oh Gott wenn ich nur sehe wie viel da wie viel da noch kommt hier oh ich habe fast geschafft ja da war ich auch schon zweimal so so scheiße mal reicht ein Sprung mal muss Doppelsprung machen ich glaub die nächste Map die wir spielen wird T3C ne was welches ist denn da ne war doch nur ein Scherz die auch gespielt haben ne diese bunte da ja die extreme Jump'n'Run Map wenn du sie spielen willst ne ne in Gottes Namen ich bin noch nicht verrückt da müssten wir schon die Profi Jump'n'Runner werden schon wieder nicht Doppelsprung ach man ich weiß nicht ob das bei dir auch so ist irgendwann kriegst du so schwitzige Hände und die ganze Tastatur klebt dir dann eine ne ich kriege ne verkrampfte Hand achso achso beim Autofahren ist übrigens mein kleiner Finger eingeschlafen heute oh Gott aber bitte nicht jetzt einschlafen das wäre nicht so gut ne ja solange ich nicht einschlafe ist ja eigentlich alles ok ja warst du auch schon? äh ne glaub ich nicht jetzt mache ich das zu tun leiter Schwung uh jetzt schleiche ich einfach mal zum nächsten Bett haha NEIN oh nein das stürzt das Ding vom Block ab Ach, Mann, das kann's doch nicht sein. Ich krieg schon wieder so eine verdammt schwitzige Hand. Och, nee, Leute. Auf was muss ich Time Set machen? 18.000. Ich mach sofort wieder Tag? Ja. Oder geht's so? Es geht auch so. Okay. Och, Mann, um die dritte. Ach, ist das, wird das eine Geburt geben. So. So. Ganz ruhig jetzt. So, hier fallen lassen. Oh, Gottes Namen, was war das denn jetzt? Äh, ja, ich würde gerne hinspringen. Jetzt machst du den, äh, jetzt machst du der Hadi nach hier. Ich sag dir, wenn ich jetzt da runterfalle, ja, dann porte ich mich aber auch da wieder zurück, ja. Los, komm, ganz. Aber denk dann, ich hab, äh, nicht so einen leistungsstarken Rechner, äh, wie, äh, wie der Pete, ne, also, deswegen, so, okay, geschafft. Jawohl, Jan. Checkpoint haben wir, äh, und jetzt gehen wir ein bisschen weinen in den Regenwolken. So. Jetzt. So, Regenwolken. Ja, man sieht's ja, die sind schon grau. Es hat heute auch genug geregnet. Echt? Bei uns, wo ich heute gearbeitet hab, war 10 Grad. Jaja, hier war auch, äh, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Kommst nicht raus? Nee. Und jetzt? Scheiße. Was hat denn da in der Mapper Stella jetzt gemacht, hier? Ja, ja, Entschuldigung, also das, dafür konnten wir jetzt auch nichts, aber das ist ja echt so. Ist das hier richtig, wo ich grad langlaufe? Äh, sieht zumindest richtig aus. Ich würd mal sagen, die Wasserstrahler hoch, ne? Geh mal vor. Aber nicht rausfallen, ja. So, mal schauen, was da passiert, die Regenwolke, hier hoch. Oh, scheiße, ich sterbe. Ja, ich hier runter, komm runter. Nee, ich sterbe nicht, ich stirbst nicht, wenn du fliegst. Ja, aber hier ist ein Pfeil. Wie? Ein, eine Etage runterkommen. Oder ist da oben was? Nö, ich bin jetzt einfach ganz oben. Ist da was? Weil hier sind, hier sind Pfeile. Oh, ein Labyrinth wartet auch wieder auf uns. Hä, wo muss ich denn hier lang? Ich seh überhaupt nichts. Was ist das da oben? Den Wasserstrahl wieder runter. Richtig, ja. Hier, guck mal, da war jetzt schon ein Labyrinth, kannst du dir schon mal einprägen, den Weg, ne? Ich hab da auch Orientierungsprobleme. Also, weiß ich schon, dann spiele ich nächstes Mal eine reine Labyrinth-Map, wenn es sowas überhaupt gibt. Ja, ich weiß, einfach rechts halten. Ja, genau. So. So, und jetzt, glaub ich, in den Wasserstrahl springen, oder? Echt? Meinst du, hoch oder was, dann schwimmt? Nee, runter. Dann da, ja, da, 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 ja, genau. Das sieht doch gut aus, so. Und, oh, ja, okay. Was steht da? Nach da. Oh, Gott. Was wäre es ja jetzt noch gewesen, dass man da... Oh, weihach. Oh, ich geh jetzt hier, äh, Sneak Attack hier. So, okay. Haben wir auch, wie heißt das Level? Wolkenlabyrinth. Jetzt geht's in das Labyrinth rein, da. Och ja, warum muss das denn so ein weiter Weg sein, hm? Ja. So, Start. Ich warte mal hier, beim Startschild. So, und dann sind wir mal spannend, wer hier wohl schneller rauskommt. Den Ausgang findet jetzt hier. Boah. Ah, ich bin genau in die Lücke reingelaufen. Genau in die Lücke. Ziel, scheiße. Du noch nicht? Jetzt bin ich schon wieder am Start. So. In der Ernst? Aber ich hab ja, ich hab ja ungefähr gesehen, wo, wo du rausgelangst bist. Müsste bestimmt hier dann weitergehen. Oder? Ja, Ziel. Oh, jetzt geht's da wo hoch. Wie heißt das Ding? Die vier Fragen, okay. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen rätseln. So eine Ein-auf-Wer-Wer-Wer-Wer-Millionär spielen. Gestern kamen fünf gegen Jauch, hast du das gesehen? Äh, ich schau diesen Sender nicht. Ach ja, stimmt. Kann man das RTL. Ja. Also, liebe Gamer, diesen Sender. Also, wer den noch hat, ich weiß nicht. Spring nicht nochmal runter. Also, ich wollte nur mal testen, ob das Bett funktionierte, ne? Ja, ja, ist klar. Ja, so. Wer entwickelte das Spiel? Ähm, ich würde sagen, der Minecraftus, oder? Hier der, ne? Nee, hier, ich glaube, der Stefan Mein. Stefan Mein, ja. In Minecraft. Ja, genau. Aber ich denke mal noch, oder? So, was ist das? Ab welcher Höhe stirbt man, wenn man runterspringt? Oh mein Gott. Damit habe ich mich aber auch noch nicht befasst. Ich auch nicht. 21? 21, 24 oder 25? Ich glaube nicht, dass man, ähm, oder wohl 25. Das ist natürlich jetzt, also, wie hoch ist das? Das hier ist jetzt 1, 2, 3, 4. Also, das ist jetzt 4 Blöcke hoch, die Wand. Ich nehme einfach mal 25. 25. Ja, ja, versuch's mal. Falsch. Falsch. Okay. 24 oder 21? Oh, wei. Jetzt muss ich mich selbst töten, indem ich einen Kaktus mache. So, 24 Uhr 21. Ene, mene, muh. Und raus bist du. Raus bist du. Noch lange, lange. Nichts. Sag mir erst, wie du bist. So, 24. So. Und? Richtig. Haha. Fifty-fifty Chance. Äh, man fällt runter, wenn man im Bett spawst. Ja, das ist mir auch passiert. Also, 24 ist richtig. Also, Notch. Und? 24. Ja. So, und was ist jetzt die nächste Frage? Was braucht man, um einen Kuchen zu kraften? Milch, Ei, Zucker und Weizen, glaub ich. Ja, die Mitte, meine ich auch, glaub ich. Und? Was steht da? Falsch. Falsch? Wie falsch? Ist doch richtig. Ist doch richtig. So, was ist das? Wie heißt die Minecraft-Geschichte? Klassico-Alpha-Beta-Vollversion. Alpha-Beta-Classic-Vollversion. Oder Classic-Beta-Alpha. Ja, ich würde sagen, das hier, oder? Welches? Alpha-Beta-Classic-Vollversion. Die Mitte? Ja, oder, was ist denn Classic? Ja, was ist die Classic? Ich weiß es. Was ist es denn? Also, du würdest die Mitte sagen, oder was? Ja. Denn hast du einen Kaktus. Ich würde mich das Rechte nehmen. Warum? Und was ist die Classic? Äh, Classic, ähm, ist die allererste Version gewesen. Die es noch jetzt auf, äh, dem Minecraft-Server, äh, auf der offiziellen Seite, glaub ich, noch gibt. Dann kam ja die Alpha, die Beta und dann die Vollversion. Ja, okay, dann. Es kann eigentlich nur das sein. Und W ist ein Kaktus jetzt. Ne, richtig. Gott sei Dank. Sonst häl ich mich hier vor zig Millionen Leuten blamiert. Steht hier. Spring? Wohin? Oh, ins Wasser. Ach, du Scheiße, das treff ich dann jetzt. Ich sag dir nur, Hardy bei der einen Adventure-Map. Der ist daneben gesprungen. Oh, sag ich doch, den ich nicht treffe. Und? Ja, getroffen. Also, Notch. So. 24, äh, das war das, Milch, Ei, Zucker, Weizen. Und Classic Alpha, Beta, Vollversion. Ja. Und dann nur noch der Sprung ins Wasser. So, dann komm mal. Und dann komm mal, cableau. Vielen Dank.